Also ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, aber wir genießen Bild und Ton hier schon gestochen scharf. Und falls Sie das auch wollen, da braucht man natürlich jede Menge Zubehör. Wie zum Beispiel einen Satzfusieber und vielleicht noch ein Kabel, mit dem ich das Ganze verbinden kann. Und vielleicht noch eine CD, um das Ganze vielleicht noch aufzunehmen. Und Sie brauchen ganz kleine Preise und vielleicht brauchen Sie noch zwei Moderatoren, die schon hier sitzen. Einmal, zweimal. Sehen Sie mal, passt. HD ist das Riesenthema und mit HD haben wir auf dem deutschen Markt ganz gewaltig für Furore gesorgt. Denn wir bieten seit März 2013 den ersten und einzigen Pearl TV HD Sat Receiver an. Da klingt es ja schon. Pearl TV HD Sat Receiver. Und nachdem es ja immer so ist, wenn man als neuer Fernsehsender nicht gerade sofort auf Platz 1 in Ihrer Sendeliste kommt, dann ist man ein bisschen weiter hinter. Und da hat es viele Menschen gegeben, die gesagt haben, ach schade, 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 wir müssen euch immer so lange suchen. Und dann haben wir gesagt, okay, dann kriegt ihr jetzt einen Pearl TV HD Sat Receiver von uns, wo ihr uns mit einem Tastendruck sofort finden könnt. Und das mache ich jetzt auch. So, ich habe eine Fernbedienung. Die wird Ihnen mitgeliefert. Und ich drücke jetzt einfach mal eine Zahl. Ja, mach mal irgendwas. Was kommt denn gerade so bei dir? Auf der 5 läuft gerade aktuell Pro 7. Keine Werbung, ich bin überrascht. For Britain Kingdom. So, jetzt ist aber gerade eine Werbepause und ich habe vielleicht keine Lust auf Werbepause. Also, was mache ich? Ich drücke einfach nur hier meinen grünen Knopf. So, mache ich auch. Und dann bin ich sofort wieder bei uns. Das ist schon genial. Mit einem Knopfdruck müssen Sie nicht mehr irgendwo bei 500 noch was suchen, sondern Sie sind sofort bei uns. Aber das Geniale ist, außerdem, dass wir Ihnen noch eine Fernbedienung mit einer grünen Direktfalltaste mitliefern, bekommen Sie noch viel, viel mehr. Erstmal ist unser Sat Receiver super klein. Das ist ja auch schon mal schön für alle Frauen. Aber, also mit schön für alle Frauen meine ich, wir mögen es ja auch immer optisch, ganz gerne im Wohnzimmer schön, da soll nicht zu viel Technik rumstehen. Aber, wenn Sie jetzt zum Beispiel sagen, okay, wir haben jetzt nicht so einen riesen Flachbildfernseher, wie ihr das gerade habt, wir haben noch so einen Röhrenfernseher, dann sagen wir, das ist gar kein Problem. Denn... Gar kein Thema. Unser Sat Receiver verfügt tatsächlich noch über einen Skat-Anschluss. Und damit kann ich auch jeden x-beliebigen Röhrenfernseher anschließen. Apropos anschließen, wir haben sogar noch mehr Möglichkeiten. Klar, HDMI brauchen wir heute synchronisiert, Bild und Ton digital, damit Sie in HD empfangen können. Skat-Anschluss, das wird dann runterskaliert auf die klassischen 720p von der Bildröhre. Dann haben wir noch einen koaxial Ausgang, einen digitalen. Da können Sie dann passenden digitalen Eingang in koaxial vorausgesetzt, Ihre Heimkinoanlage noch mit anbinden. Das heißt, Fernsehsound dann auch noch perfekt über 5.1 oder 7.1, je nachdem, was Sie zu Hause haben. Und natürlich noch LNB-In und LNB-Out, falls Sie das durchschleifen wollen. Und noch einen klassischen Rekorder angeschlossen haben, damit Sie auch aufnehmen können. Bloß, den können Sie jetzt dann wahrscheinlich auch aufs alten Teil schicken. Denn unser kleiner HD-Sort Receiver, der kann noch viel mehr. Der kann nämlich auch aufnehmen, wenn Sie, und da kommen wir gleich dazu, unsere passende CD-ROM dazu bestellen. Vorne haben wir noch eine USB-Schnittstelle, da können Sie dann USB-Sticks mit Fotos mit filmen, bis 32 GB noch mit anschließen, haben sofort die ganzen Fotos auf Ihrem Fernseher. Und jetzt kommt der Preis und das ist der Knüller. 25,55 Euro, das ist ein Knüller. Dieses Gerät, dieser Satz Receiver hat vorher mal knapp 130 Euro gekostet. Das muss man sich mal überlegen. Und Sie bekommen den jetzt zum Pearl-TV-Sonderpreis für unter, oder beziehungsweise für 25,55 Euro. Das ist ein Knüller, liebe Zuschauer. Schlagen Sie zu mit der PX 1369 und der 569 für unseren Pearl-TV-HD Satz Receiver mit der grünen Direktwahl-Taste. Und wir haben es schon angesprochen, wenn Sie sich jetzt noch eine kleine weiße CD dazu bestellen, dann können Sie ab sofort auch noch Ihren Videorekorder in Rente schicken, ne? Definitiv. Sie brauchen einfach bloß die CD-ROM in Ihren PC zu Hause einzulegen, Daten auf einen USB-Stick zu übertragen und dann wird das alles komplett in Ihrem HD Satz Receiver freigeschaltet. Sie sehen, hier funktioniert das, geht ruckzuck. Und damit haben Sie auch noch eine Aufnahmefunktion. Externe Festplatten mit bis zu zwei Terabyte Speicherplatz können hier angeschlossen werden. Gerade bei HD natürlich heute super Thema. Ich kann nämlich eine große Speicherkarte für alle Dinge verwenden und die großen externen Speichermedien sind ja heute auch super klein geworden. Dann habe ich Timeshift-Funktionen, ich habe meinen elektronischen Programmguide, ich habe alles drin, was ich benötige und kann natürlich hier tatsächlich auch noch aufnehmen mit dem Gerät. Das heißt, wir liegen bei unter 10 Euro für die Upgrade-CD, wir liegen bei 25 Euro und 55 für unseren HD Satz Receiver. Das heißt, wir liegen unter 40 Euro für einen kompletten aufnahmefähigen HD Satz Receiver. Das hat die Welt noch nicht gesehen. Und weil das die Welt noch nicht gesehen hat, sollten Sie jetzt unbedingt zuschlagen mit der PX13-75 und der 569, unsere Upgrade-CD zur Aktivierung der Aufnahmefunktion. Das ist wirklich so das, ja, das perfekte Set eigentlich, wenn Sie sich schon für den Pearl-TV-HD Satz Receiver entscheiden, dann unbedingt auch noch die Upgrade-CD mit dazu, weil das macht Sinn. Und vor allem für kleines Geld ist das sowieso mal ein absoluter Hammer. 9,41 Euro, das muss man sich nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Normalerweise kosten solche Upgrade-CDs um die 50 Euro. Aber wir müssen doch jetzt irgendwie unseren Receiver noch verbinden an Stöpsel mittels Kabel, oder? An Fernseher, ganz genau. An Fernseher, genau. Da brauchen wir ein im Elektrofachmarkt völlig überteuertes HDMI-Kabel. Nö, nicht schon wieder überteuert. Ach nö. Machen wir nicht. Wir bieten Ihnen jetzt, und das ist ganz pfiffig, für Kabelkanäle, für Durchführungen durch Sideboards, ein HDMI-Kabel an. Das ist ein Flachbandkabel. Vergoldete Stecker. Das natürlich nicht nur in einem Meter. Nein, da können wir viel mehr. Und das für einen sensationellen Preis. Und das ist echt Klasse 1.4, bedeutet also 3D-fähig, 2 Meter, 3,7 Millimeter flach. Mehr ist es nicht, und das passt perfekt überall hin. Denn runde Kabel kriege ich schlecht durch den Kabelkanal, aber flache Kabel sind perfekt zum Verlegen. Das ist schon cool, dass es auch flache Kabel tatsächlich gibt. Gerade wenn ich jetzt im Wohnzimmer das verbinden will, verstecke ich es unter so einem Teppichleiste. Sieht ja auch nicht schön aus, wenn es so gemütlich wie bei uns eingerichtet ist, dann soll man ja auch nicht durch Kabel irgendwie, das soll nicht stören. Und da macht so ein flaches, wirklich ultraflaches HDMI-Kabel wirklich Sinn. Finde ich genial. Sie auch? Perfekt. Dann jetzt unbedingt zugreifen mit der PX1583 und der 569. Und das für ganz kleines Geld, unser HDMI-Kabel. So, da haben wir jetzt noch ein HDMI-Kabel. Und jetzt haben wir uns überlegt, tja, eigentlich müsste ich ja nochmal so ein bisschen was am PC nachschauen. Aber jetzt wieder aufstehen, jetzt wo wir gerade so gemütlich auf der Couch sitzen, jetzt nochmal vielleicht runter in die nächste Etage, PC hochfahren, haben wir eigentlich nicht so richtig Lust, oder? Machen wir trotzdem. Bevor wir uns jetzt hier aus unserem wunderschönen Wohnzimmer, den Fernseher, der sensationell gut funktioniert und läuft, und der auch perfekt in unser Ambiente passt, rausreißen, machen wir ganz was anderes. Wir holen uns unseren TV, PC, Internet, TV und HDMI-Stick, unseren MMS 884 Quad. Das ist der kleinste PC der Welt, den es derzeit gibt. Und den in einem sogenannten Bundle, in einer Kombination. Und dann kann ich ganz gemütlich von meiner Couch aus hier einfach mal ins Internet gehen, Filme gucken, Spiele spielen. Und das alles geht hier komplett vom Sofa aus. Das ist schon cool. Spiele spielen, Nachrichten lesen vom Flachbildfernseher aus, Schuhe shoppen, dann natürlich auch die ganzen Online-Sachen buchen, Online-Überweisung, oder mal eben Fotos, sich auf einem riesen Flachbildfernseher anschauen. Oder aber auch skypen. Wenn ich jetzt mir noch eine Webcam kaufe, die oben auf meinen Fernseher setze, dann könnte ich von meinem riesengroßen Flachbildfernseher aus skypen. Das ist genial. Google Maps, eigentlich alles das, was Sie sonst so mit Ihrem PC machen, das machen Sie ab sofort hier von Ihrem Flachbildfernseher aus. Und das Einzige, was Sie dafür benötigen, ist so ein kleiner, ganz, ganz kleiner Mini-PC, einen HDMI-Stick, beziehungsweise einen TV-PC-Stick. Und damit machen Sie eigentlich aus Ihrem stinknormalen Flachbildfernseher ein Smart-TV, nur dass das halt nicht knapp 1000 Euro kostet, sondern gerade mal unter 120 Euro. Das alles habe ich jetzt gerade über diese kabellose Funk-Tastatur gemacht, die im Lieferumfang dabei ist. Jetzt kommt noch was dazu. Sollten Sie ein Miracast-fähiges oder Miracast-fähiges Smartphone besitzen, LG, Samsung, Sony, HTC, Nokia, alle die, die haben das, dann haben Sie tatsächlich, oder sogar unser SPX24 HD, das hat es nämlich auch, dann können Sie sogar alle Inhalte, alle Fotos, alle Videos, die Sie auf Ihrem Smartphone draufhaben, kabellos an den Fernseher auch noch weitergeben. Und jetzt schauen Sie mal, wir gucken gerade mal schnell im Internet bei Pearl TV, wie sieht denn der Preis aus von unserem TV-PC, von unserem Internet-Stick. Und da sehen Sie den Preis auch schon. Das Bundle ist sensationell. Das sind 86,20 Euro für den kleinsten TV-PC-Stick der Welt. 86,20 Euro. Sie sehen es oben durchgestrichen, dieser Stick hat vorher mal knapp 130 Euro gekostet. Sie sparen heute richtig, denn das ist unser TV-Sonderpreis. Da ist alles dabei, nicht nur der TV-PC-Stick, weil normalerweise, wenn man sich sowas kauft, muss man ja die Tastatur extra noch dazu kaufen. Ja, eben. Und Sie bekommen heute alles komplett, toto completo im Bundle. Genial, oder? Ich möchte jetzt mal ganz kurz bei YouTube mal was Witziges gucken und deswegen gehe ich jetzt hier mit meiner Fernbedienung mal auf YouTube. Das heißt, urplötzlich ist nicht mehr IPC, das Wiedergabemedium, sondern der Fernseher hier. Und das ist alles absolut genial, denn ich kann hier tatsächlich die ganzen Videos und alles gucken, wie ich gerade lustig bin und brauche meinen Hintern nicht mehr von der Couch zu bewegen. Das finde ich echt eine coole Nummer. Ach, ist das schön. Das ist natürlich toll. Alles hier von meinem Flachbildfernseher aus. Vielleicht haben Sie auch eine Lieblingsfolge von Pearl TV verpasst. Kein Problem. Einfach auf Pearl TV gehen oder auf YouTube dann die Pearl TV Mediathek anwählen und schon können Sie nochmal Ihre Lieblingsfolge ganz in Ruhe sich anschauen. Aber natürlich auch die Urlaubszeit steht vor der Tür. Warum nicht auch mal in Urlaub so rufen? Wir haben alle Neuigkeiten natürlich auch hier für Sie in der Mediathek drin. Unser 3D-Pen zum Beispiel. Ganz tolle Sache. Dann gucke ich mir das doch einfach mal bei uns in der Mediathek an. Oder ich gucke mal schnell nach, was läuft heute Abend im Fernsehprogramm. Das geht heute alles online. Und am Schluss ist Ihr Fernseher ein kompletter PC und Sie brauchen noch nicht mal irgendwo ein Kabel. Denn bei der Fernbedienung ist hier eine Funkübertragung bis 10 Meter Reichweite möglich. Standby von dieser Fernbedienung. 500 Stunden. Und Sie haben eine komplette Tastatur hier drauf, die perfekt mit zwei Daumen zu bedienen ist. So habe ich gerade alles eingegeben. Und schauen Sie mal. Was wäre, wenn du das zeichnen könntest, was du gerade im Gedanken hast? Ein Traum. Und so läuft das bei uns. Nein, du kannst es. Denn wir stellen hier gerade unseren 3D-Pen vor. Den gibt es bei uns übrigens auch im Sortiment. Aber das ist schon genial, was man hier mit alles machen kann. Das geht so ultraschnell. Das ist wirklich ein ganz kleiner Mini-PC. Und der ist so schnell klar. Wir haben hier einen Vier-Kern-Prozessor eingebaut. Das muss man sich mal wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Das ist ein Wahnsinn. Ganz ehrlich, einfach anstecken, fertig, los geht's. Und das für diesen unglaublichen Preis, den wir Ihnen gerade einblenden. Das ist sensationell, oder? So, pass mal auf, Anne. Und ich gucke jetzt mal nach. Für 86,20 Euro. Wir gucken uns jetzt noch mal einen schönen Film. Ich möchte mir jetzt nämlich mal schnell einen Film leihen. Und das können Sie nämlich im Google Play Store auch machen. Und da müssen wir mal gucken. Kein Ohrhase und 2 Ohrküken. Den werden wir uns jetzt gleich mal mieten. Das geht für ganz kleines Geld. Absolut klasse. Das sind die ganzen Dinge, die ich machen kann. Und am Schluss können Sie sogar auch noch Spiele spielen, Apps runterladen und Musik. Das sind alles die Dinge, die Sie zu Hause benötigen, damit kein großartiges Geld rausgeschmissen wird. Ihr Fernseher sofort für ganz kleines Geld zum Media-PC, besser gesagt Media-TV wird. Und was Sie für guten Empfang brauchen, das fassen wir noch mal zusammen. Genau. Unter anderem unseren Pearl TV HD Satz-Siever mit der Direktwahl-Taste zu Pearl TV. Dafür bestellen Sie sich bitte die PX 1369 und die 569 für 25,55 Euro. Das ist ein Knüller. Oh, wer ist denn der? Schauen Sie mal, Kastl sucht Frau, ist das nicht goldig? Auch solche Sachen sind möglich. Jetzt haben wir die Upgrade-CD für Sie. Ganz wichtig, damit können Sie Ihren kleinen Pearl TV HD Satz-Receiver zum kompletten Aufnahmemonster machen. Da können Sie dann externe Festplatten mit dranpacken mit bis zu 2 Terabyte Speicherplatz. Sie haben eine Timeshift-Funktion, also zeitversetztes Fernsehen. Und das alles unter der PX 1375 und der 569 für noch nicht mal mehr 10 Euro. Also ein Knüller lag Jagd, nicht nagt, sondern jagt in dieser Sendung den nächsten. Tja, und daran sollte man nicht nagen an dem Kabel. Das ist unser HDMI-Kabel, das ist 2 Meter lang und in Besonderheit, dieses Kabel ist flach. Das heißt, das kann man auch schön mal an einer Teppichleiste platzieren und verstecken, ohne dass es gleich auffällt. Und das bekommen Sie mit der PX 1583 und der 569. Wie gesagt, das ist 2 Meter lang. Ich glaube, das reicht auch vollkommen aus. Ein längeres Kabel braucht man auch, glaube ich, nicht. Und vor allem schon gar nicht für das Geld, denn normalerweise zahlen Sie für 2 Meter Hundselend Geld. Und am Schluss unser TV-PC, unser MMS 884 Quad, mit 4-Kern-Prozessor, mit Android 4.22 drauf. Sofort ist Ihr Fernseher eine komplette Medienzentrale. Und damit können Sie ins Internet gehen, Sie können sich Fotos und Videos und Filme runterladen und Bücher, völlig egal, Sie können spielen. Aber Ihr Fernseher bleibt an der Wand. Und das alles für 86,20 Euro unter der Bestellnummer ZX 1014 unter 569. Und wenn Sie Kastel sucht Frau sehen wollen 2014, dann sollten Sie vielleicht auch öfter bei uns mal einschalten. Falls Sie sich für diesen jungen Herrn interessieren, gerne Zuschauerzuschriften an redaktion.pearl.tv. Wir leiten das dann sehr gerne weiter. Also rufen Sie uns jetzt an, wenn Ihnen ein Produkt gefallen hat. Sind ja auch alle super günstig. 0,180, 51, 51 und 3 mal die 2. Ich glaube, ich werde mir jetzt noch so einen Pearl TV-Design-Receiver zulegen. Weil ich hatte nämlich einen für mich bestellt. Und dann kam plötzlich meine ganze Verwandtschaft und wollte den auch unbedingt haben. Jetzt bin ich mal wieder leer ausgegangen. Das wird auf jeden Fall mein nächster Bestellartikel. So, und ich zeige Dir jetzt mal, wo Lapland liegt. Das machen wir jetzt mal über Google Maps. Ganz schön an unserem Fernseher. Okay. Und gucken uns das an. So einfach geht das. Das ist absolut genial. Viel Spaß damit bestellen Sie. Und ab sofort sind Sie mediativ auch voll dabei. Bis denn.